Hallo zusammen, dass ich den Wert meines eigenen Portfolios ausschließlich in US-Dollar denke, das ist für meine Verhältnisse tatsächlich ein relativ neues Phänomen. Das mache ich so seit ungefähr 2020, seit den Anfängen von DeFi. Aber ich bin ja inzwischen schon seit über 10 Jahren im Cryptospace unterwegs. So meine ersten Schritte habe ich damals 2013 mit dem Bitcoin gemacht und das heißt, ich habe immerhin 7 Jahre lang den Wert meines Portfolios ausschließlich in Euro gedacht. Das war für mich quasi das Normalste von der Welt, weil ich einfach quasi alles in Euro bezahle. Meine ganze Kaufkraft hängt vom Euro ab und der US-Dollar, das war für mich einfach irgend so eine Fremdwährung. Warum sollte ich immer in dieser Fremdwährung denken? Ich muss ja dann sowieso später wieder umrechnen in Euro. Das hat sich dann aber nach und nach seit 2020 geändert durch die US-Dollar notierten Stablecoins. Die haben einfach durch DeFi in meinem Portfolio eine immer wichtigere Rolle gespielt und inzwischen heute in den Tiefen des Bärenmarkts besteht ein sehr, sehr großer Teil meines Portfolios aus US-Dollar Stablecoins. Und ich versuche damit so 3 bis 5 Prozent Rendite pro Jahr zu generieren. Und klar, ich versuche die dann mit DeFi-Mitteln, mit bestimmten DeFi-Protokollen zu boosten auf 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent. Aber 3 bis 5 Prozent Rendite, die können relativ schnell verloren gehen durch Kursschwankungen im US-Dollar-Euro-Bereich, weil 3 bis 5 Prozent, das ist einfach irgendwie so eine ganz normale Kursschwankung zwischen dem Euro und dem US-Dollar. Und das heißt, wenn es an der Stelle irgendwie für mich ungünstig läuft, können immerhin Renditen, von die ich über 3 bis 5 Monate aufgebaut habe, innerhalb von einem Tag oder wenigen Stunden, einfach mal so verloren gehen. Und wie man sich gegen dieses Risiko absichert mit DeFi-eigenen Mitteln, das möchte ich in diesem Video zeigen und dafür habe ich eine neue Plattform aufgetan, die nennt sich HMX. Und diese Plattform, die belohnt einen zur Zeit noch quasi für alles, was man auf dieser Plattform tut, für jeden Trade, für jede Position, die offen ist. Und wenn man, je länger man eine Position offen hat, desto mehr bekommt man quasi an Belohnungen von dieser Plattform. Ganz abgesehen davon, dass die Plattform selber total nützlich ist, wenn es um Euro-US-Dollar-Kursschwankungen geht. Nehmen wir zum Beispiel mal diese Position bei Eura Finance hier. Die Idee dahinter stammt aus meinem letzten Video, wo es darum geht, dass der Stablecoin Go seine Dollar-Anbindung leicht verloren hat. Er notiert zur Zeit bei 97 Cent und die Chancen stehen ganz gut, dass er wieder auf 1 Dollar klettern wird. Und diese Position hier würde in diesem Fall so um die, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Prozent Rendite erwirtschaften. Und gleichzeitig bringt diese Position hier quasi 10, 11 Prozent Rendite im Jahr, sodass wir also, wenn das hier in vier Wochen oder so gelingen würde, dass der Go wieder auf 1 Dollar klettert, würde man so 3 bis 4 Prozent Rendite machen in dieser kurzen Zeit, in den vier Wochen. Und diese Position hier ist ja eine ausschließliche US-Dollar-notierte Position. Wir haben hier drei Stablecoins, den Go, den USDC und den USDT. Hier ist also tatsächlich nichts in Euro notiert, sodass also quasi diese Position hier, wenn es jetzt um meine eigene Kaufkraft geht, tatsächlich abhängt vom US-Dollar-Kurs gegen den Euro. Und wenn man sich dagegen jetzt mal den Chart des Euro gegen den US-Dollar anschaut, dann sieht man, dass es hier doch einiges an Schwankungen gibt. Insbesondere zwischen Juli und September, also zwischen Juli und heute, sieht man eine deutliche Abwärtsbewegung. Wenn man diese Abwärtsbewegung mal misst, dann sieht man, dass es sich tatsächlich um einen Unterschied von ungefähr 5,7 Prozent handelt. Also ganz schön viel und das kann mir quasi die Rendite in meiner Position ganz schön verhageln. Und um mich quasi gegen Verluste, die aus solchen Kursschwankungen entstehen können, abzusichern, habe ich hier bei HMX eine entsprechende Position aufgemacht. Die sieht man hier unten und diese Position ist 10.000 Dollar wert. Ich habe allerdings nur 1.000 Dollar ungefähr einlegen müssen, um diese Position aufzumachen. Aktuell ist diese Position leicht im Plus. Das heißt aber auch, dass mein Portfoliowert bei Aura Finance entsprechend gesunken ist. Ich habe also an der einen Stelle Minus gemacht und mache hier Plus. Das Ganze gleicht sich aus auf Null. Aber ich bekomme auch zusätzlich noch Rewards auf dieser Plattform dafür, dass ich hier also trade. Und solange meine Position hier offen ist, fließen also hier nach und nach Rewards rein. Zurzeit habe ich hier 6 Dollar an Rewards angesammelt. Die Position läuft hier seit ein, zwei Tagen, kann ich hier claimen. Und ich bekomme aber quasi in dieser Trading-Epoche voraussichtlich ungefähr 26 Dollar an Rewards. Die Epoche dauert noch einen Tag, dann geht eine neue Epoche los. Und dann bekomme ich eben wieder Rewards für die Zeit, die meine Position hier offen ist. Aber was muss ich jetzt eigentlich machen, um hier quasi die richtige Position aufzubauen? Und klar, also ich gehe hier erstmal auf Trade und dann suche ich hier das richtige Handelspaar raus. In diesem Fall Euro, USD. Aber was heißt das eigentlich, wenn ich also jetzt hier Euro, USD, so einen Chart sehe? Was heißt das eigentlich, wenn der runter geht? Was heißt das, wenn der rauf geht? Und dann die Frage, wenn ich hier kaufe, was kaufe ich denn dann? Euro, USD, beides oder eins von beiden und welches von beiden? Und wenn ich verkaufe, was verkaufe ich dann? Euro oder USD oder beides? Das geht ja irgendwie nicht. Und natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt hier auf Buy klicke, bin ich dann Long oder bin ich dann Short? Und wenn ich auf Sale klicke, bin ich dann Short USD oder Short Euro? Und was brauche ich eigentlich Long oder Short in diesem Zusammenhang? Und damit das Ganze klarer wird, gehe ich das jetzt mal Schritt für Schritt durch, weil ich glaube, das ist Wissen, dass man immer wieder und wieder im DeFi-Bereich anwenden kann. Als erstes Mal habe ich diesen Chart total vereinfacht. In der linken oberen Ecke sieht man also das Trading-Paar Euro, USD. Und unten auf der Achse sieht man das Jahr, die Zeit, über die dieser Chart geht, von April bis Dezember. Das ist irgendein Fantasie. Ja, ich habe keine Jahreszahl dran geschrieben deshalb. Und auch der Kurs, den man also links auf der Achse ablesen kann, der ist auch eine Fantasie. Und der schwankt hier von 1,04 bis ungefähr 0,97 im Dezember. Geht also tendenziell eher runter. Der Kurs Euro-USD, der zurzeit tatsächlich bei ungefähr 1,065 steht. Was sagt der eigentlich aus? Also Euro-USD 1,065. Was kann ich mir darunter vorstellen? Und es ist tatsächlich ziemlich einfach. Es ist die Antwort auf die Frage, was kostet ein Euro in US-Dollar? Und das heißt, man kann dieses Trading-Paar tatsächlich von links nach rechts lesen und sich immer vorstellen, was kostet ein X in Y gerechnet? Also das heißt, was kostet ein Euro in US-Dollar? Und wenn da jetzt ETH, USD steht, dann ist das eben der Kurs, was kostet ein Ether in US-Dollar gerechnet? Und bei Bitcoin wäre es dann BTC, USD. Was kostet ein Bitcoin in US-Dollar gerechnet? Und das ist ja auch die ganz normale Art und Weise, wie wir immer Kurse uns vorstellen. Wenn wir in Dollar rechnen, Ether liegt bei 1.600 Dollar oder Bitcoin liegt bei 25.000 Dollar oder ähnliches. Und das heißt, es ist letztendlich im Beispiel hier quasi die Antwort auf die Frage, was kosten 1.000 Euro in US-Dollar gerechnet? Und sie kosten 1.065 US-Dollar. Und das heißt, man hat also hier auch wieder diese Richtung von links nach rechts. Das ist quasi die E-Sitzbrücke, mit der man sich das ganz gut merken kann. Was kostet X in Y? Das heißt, von links nach rechts muss man das Ganze lesen. Und das ist auch irgendwie so die normale Art und Weise, wie wir eigentlich Kurse im Cryptospace denken. Es hilft also, sich diesen Chart so ein bisschen vorzustellen wie so irgendein Altcoin-Chart. Das heißt, der Euro ist halt irgend so ein Altcoin und wir wollen jetzt wissen, wie der Kurs von diesem Altcoin ist. Und in diesem Fall wäre also der Kurs von dem Altcoin 1,065 oder 1,068, wie es jetzt hier steht. Aber das ist natürlich für uns aus Europa ein bisschen verwirrend, weil wir ja eigentlich andersrum denken. Also wir möchten im Grunde wissen, wie viel Dollar kriegen wir für einen Euro, für unsere Euro. Also das hilft hier in diesem Fall aber gar nicht. Das würde ich jetzt erstmal komplett vergessen. Es geht jetzt wirklich darum, sich den Euro vorzustellen, als wäre er irgend so ein Altcoin. Jetzt will ich den Kurs wissen. Der ESA steht bei 1,680 oder so und der Euro steht bei 1,68 Dollar. Und ich habe jetzt mal hier ein Beispielportfolio gemacht. Das besteht ausschließlich aus US-Dollar Stablecoins, DAI, USDT und USDC. Und dieses Portfolio ist insgesamt 10.000 US-Dollar wert. Und das heißt, wenn man es jetzt in Euro umrechnet, muss man das Ganze durch den Kurs teilen. Also durch 1,065 und es kommen dann raus 9.390 Euro. Also 10.000 US-Dollar sind zum aktuellen Kurs ungefähr 9.390 US-Dollar, Quatsch, Euro wert. Und die Frage ist jetzt, was passiert eigentlich, wenn dieser Kurs, nämlich diese 1,065 um 3% steigen? Dann steht der Kurs bei 1,097. Und wenn man jetzt also ausrechnet, wie viel dieses Portfolio, diese 10.000 US-Dollar in Euro gerechnet wert sind, dann kommen eben 9.116 Euro raus, weil ich muss ja 10.000 durch 1,097 teilen. Und umgekehrt, wenn jetzt also quasi der Kurs fällt, der Euro-USD-Kurs fällt, dann, sagen wir mal um 3%, dann sind wir bei 1,033 als Kurs. Und dann ist das Portfolio tatsächlich mehr wert als vorher, nämlich 9.680 Euro. Und das liegt daran, dass ich ja durch eine kleinere Zahl dividiere, sodass also das Ergebnis steigt. Und das heißt, dass ein fallender Euro-USD-Kurs gut für den Wert meines Portfolios ist, während ein steigender Kurs Euro-USD dann eben schlecht für mein Portfolio ist, weil in diesem Fall würde ich ja Minus machen, in dem anderen Fall würde ich Plus machen. Also das heißt, fallende Kurse in diesem Chart gut, steigende Kurse schlecht. Und mal ganz nebenbei gesagt, wenn man jetzt in der Zeitung liest, Euro wird stärker gegen den US-Dollar, dann heißt das letztendlich, das ist schlecht für mein Portfolio. Und wenn der USD stärker wird gegen den Euro, dann ist das gut für mein Portfolio. Wenn ich das in der Zeitung lese, weiß ich also demnächst Bescheid. Wenn ich also sowas hier auf Bloomberg lese, Hedge Funds just turned bullish on Dollar before keyfet meeting, dann heißt das ja eigentlich nichts anderes, als dass die einige Hedgefonds quasi mit einem stärkeren Dollar rechnen vor dem FOMC-Meeting, das ja diese Woche stattfindet, wo die neuen Zins, der neue US-Leitzins verkündet wird. Und das heißt also, sie rechnen mit einem stärkeren Dollar und das ist im Grunde gut für mein Portfolio, wenn es so kommt, wie die sich das hier ausmalen. Und dabei ist nochmal wichtig, sich klarzumachen, wenn jemand davon spricht, dass er bullish ist auf den US-Dollar, dann bedeutet das hier für diesen Chart, dass dieser Chart runter geht und nicht rauf. Also bullish heißt in diesem Fall runter. Und das liegt daran, dass das ja hier der Preis des Euro ist. Der Euro ist ja irgendein Altcoin, der hier in dem Chart quasi gezeigt wird. Das heißt also, der Preis des Euro wird hier gezeigt und nicht der Preis vom US-Dollar. Wenn der Preis vom US-Dollar, wenn der Wert vom US-Dollar hochgeht, dann muss in diesem Chart quasi der Kurs nach unten zeigen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was mit der Rendite meiner Einlage passiert. Also ich fange hier an mit 9.389 Euro, wandle die um in 10.000 US-Dollar. Der Kurs liegt ja bei 1,065. Und dann lege ich diese 10.000 US-Dollar, zum Beispiel bei Aura Finance oder sonst irgendwo, für 5% Jahresrendite an. Ich bin aber nur drei Monate in der Position. Das heißt, meine Rendite beträgt hier 1,25%. Das ist ein Viertel von 5%, also drei Monate. Und dann kämen natürlich insgesamt raus 10.125 US-Dollar, die mein Portfolio insgesamt wert wäre, nach drei Monaten bei einer APY von 5%. Wenn jetzt der Kurs um 3% steigt, dann hätte ich quasi einen Kurs von 1,097. Und wenn ich jetzt ausrechne, wie viel Euro ich da rausbekomme, dann hätte ich also quasi für die 10.125 US-DT einen Gegenwert in Euro von 9.229 Euro. Und somit habe ich dann tatsächlich 160 Euro Minus gemacht, obwohl der Portfoliowert quasi um 1,25% gestiegen ist. Also die 125 US-Dollar, die ich hier an Gewinn gemacht habe, werden quasi durch die Kursschwankung ausradiert. Und das ist auch mal ganz interessant, wenn man auf den Chart schaut und dann eben grün sieht und ein Plus sieht und dabei dann aber so zähneknirschend denkt, Mist, jetzt habe ich Minus gemacht. Wenn der Kurs runtergeht, dann steigt mein Portfolio also im Wert. Mein Portfolio wird wertvoller. Und das heißt, ich muss quasi meinen Hedge so strukturieren, dass wenn dieser Chart nach oben zeigt, dass mein Hedge wertvoller wird. Weil wenn mein Portfolio an Wert verliert, dann muss der Hedge quasi an Wert gewinnen. Damit dieser Verlust ausgeglichen ist. Und das heißt im Klartext, mein Portfolio ist quasi short, weil mein Portfolio profitiert von fallenden Kursen in diesem Trading-Paar Euro-USD. Und deshalb muss ich quasi meinen Hedge long machen. Ich muss eine Long-Position aufbauen für meinen Hedge. Und das heißt, der Hedge ist long Euro-USD. Und das ist quasi kaufen, ein Buy, eine Buy-Order, die ich absetzen muss. Hier bei HMX muss ich also eine Buy-Order einstellen, um eine Long-Position aufzumachen. Das sieht man eigentlich auch schon an der Farbe. Long-Position grün, Short-Position rot wäre dann also eine Sell-Order. Allerdings in diesem Fall ist hier die Buy-Order die richtige, um eine Long-Position aufzumachen. Und die Größe dieser Position muss dem Wert meines Portfolios, das ich absichern möchte, entsprechen. Mein Portfolio hat einen Gesamtwert von 10.000 Dollar. Und das möchte ich quasi gegen Kursverluste absichern. Also muss ich hier quasi 10.000 Dollar als Positionsgröße angeben. Aber ich muss jetzt nicht hier nochmal 10.000 Dollar einlegen. Es reicht, irgendeinen Teil einzulegen. Hier bei HMX gibt es eine Besonderheit, was zum Beispiel den Hebel angeht. Ich kann hier also auch nur eine Sicherheit von 1.000 Dollar einlegen. Dann hätte ich automatisch einen Hebel von 1 zu 10. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu anderen Plattformen, weil quasi alles, was ich hier einlege, besichert den Gesamtwert meines Portfolios. Also wenn ich mehrere Positionen offen habe, dann wird die Gesamtheit dieser Positionen besichert mit der Gesamtheit meiner Einlagen. Aber da ich jetzt hier nur eine Position mache, reicht es also quasi theoretisch, um hier eine 10.000 Dollar Long Position zu besichern, dass ich 1.000 Dollar einlege. Damit hätte ich automatisch einen Hebel von 1 zu 10. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn, hier 10.000 Dollar einzulegen. Das ist überhaupt nicht kapitaleffizient, weil ich hätte ja quasi dadurch, dass ich hier 10.000 Dollar einlege, auch an diesem Punkt nochmal ein eigenes Portfolio laufen, das dann eben auch entsprechend Verluste macht und das heißt also quasi hier die Buy-Order macht irgendwie Gewinn, die meine Einlage dann wieder vernichtet und gleichzeitig hätte ich dann bei Aura Finance oder so nochmal 10.000 Dollar, sodass das Ganze also nicht funktioniert. Damit das funktioniert, ist also ein Hebel schon mal absolut unerlässlich, denn ansonsten ist das Ganze nicht kapitaleffizient. Es kann eigentlich nicht effizient meine ganze Position besichern und jetzt ist natürlich die Frage, welchen Hebel nehme ich denn? Und dafür habe ich nochmal eine eigene Folie. Dazu kann ich mich zum Beispiel mal fragen, ab wann wird mein Hedge eigentlich sinnlos? Denn ich sichere mich ja mit dem Hedge gegen einen fallenden Portfoliowert ab. Und das heißt, wenn der Portfoliowert immer weiter steigt, dann habe ich ja irgendwann so eine klare Tendenz. Dann sehe ich ja, okay, der Portfoliowert steigt immer weiter, ist eine klare Tendenz, also brauche ich den Hedge nicht mehr. Und der Portfoliowert, der steigt ja, wenn quasi der Euro-USD-Wert fällt, also wenn der Kurs fällt. Und jetzt muss ich mir einfach so einen Kurs überlegen, ab dem ich quasi aus dem Hedge aussteige. Und in diesem Beispiel wäre das hier 0,95. Also das heißt, aktueller Kurs 1,065. Wenn er runter geht auf 0,95, dann werden aus den 9.389 Euro Portfoliowert 10.526 Euro. Kann man sich leicht ausrechnen anhand der Kurse. Und das heißt also, mein Portfolio ist im Plus und mein Hedge ist im Minus. Und der Hedge kann diesen Verlust quasi verkraften, weil ja mein Portfolio im Plus ist, in der gleichen Höhe. Insgesamt ist es also ein Nullsummenspiel. Und ab wann möchte ich jetzt quasi mein Portfolio laufen lassen, damit ich auch weiter Gewinn mitnehmen kann? Und was davon habe, dass der Wert des Portfolios steigt? Und das wäre dann in dem Fall quasi der Moment, wo mein Portfolio 1.137 Euro Gewinn gemacht hat. Das ist die Differenz zwischen diesen beiden Portfoliowerten hier. Also mein Portfolio hätte 1.137 Euro Gewinn gemacht, wenn quasi der Kurs auf 0,95 fallen würde. Und das wäre der Moment, wo ich dann aus dem Hedge aussteige, weil ich dann sage, okay, ab jetzt geht es nur noch aufwärts und ich lasse jetzt mein Portfolio laufen. Das kann man natürlich auch wesentlich eher machen. Das ist, finde ich, jetzt eine sehr große Differenz hier, eine große Distanz. Aber ist ja egal, das kann sich ja jeder selber ausdenken, welche Risiken er absichern will, in welcher Form. Jedenfalls, also Portfolio Gewinn wäre in diesem Fall 1.137 Euro. Das heißt also, wenn der Kurs von 1,065 fällt auf 0,95, dann hat mein Hedge, also nicht mein Portfolio, mein Hedge 1.137 Euro Verlust gemacht. Und wenn ich jetzt sage, also ab da brauche ich den Hedge nicht mehr, dann kann ich mich ruhig hier an dieser Stelle liquidieren lassen. Und das heißt also, ich muss jetzt im Grunde einen Preis ausrechnen, einen Dollarpreis ausrechnen, ab dem ich mich liquidieren lassen kann, ab dem es mir egal ist, wenn die Position liquidiert wird, weil dann brauche ich den Hedge nicht mehr, weil mein Portfolio ja dann Selbstläufer ist. Und jetzt muss ich also quasi, um den Dollarwert auszurechnen, den neuen Kurs nehmen, nämlich 0,95 und den zugrunde legen, um quasi den Dollarwert auszurechnen. Das sind dann 1080 US-Dollar. Und das wäre quasi also der Margin, die Sicherheit, die ich hinterlegen muss, plus eine Reserve von 500 US-Dollar. Die muss ich einfach haben, weil die Plattform das für mich so vorsieht. Denn wenn ich quasi unter diesen Reservewert falle, dann wird meine Position eh liquidiert. Also das heißt, ich muss insgesamt 1.600 US-Dollar Einlage machen. So, und wenn ich das Ganze so mache, dann brauche ich eigentlich auch keine Take Profit und keine Stop Loss Order hier zu setzen. Kann ich mir hier also meine Position, die ich aufmache, nochmal zusammengefasst anschauen. Und hier habe ich im Grunde eine Größe von 10.000 Dollar. Jetzt sieht man hier, dass quasi auf der rechten Seite ist immer die Veränderung meiner Position. Das liegt daran, dass ich hier also schon eine Long-Position habe mit 10.000 Dollar. Würde also insgesamt auf 20.000 steigen. Ist jetzt nicht interessant. Gucken wir einfach nur auf die linke Seite. Das beschreibt jetzt quasi die Position, die ich gerade neu aufmache. Positionsgröße wäre also 10.000 Dollar. Ich hätte ungefähr einen Hebel von 9,83. Ich hätte einen Liquidierungspreis von 0,959. Ist also, klar, gibt so ein bisschen Rundungsfehler hier drin, weil auch der aktuelle Kurs bei 1,068 und nicht 1,065 steht. Ist ja eigentlich auch egal. Und dann habe ich hier noch quasi was zu bezahlen. Insbesondere eine Trading Fee von 1 Dollar und dann noch eine Funding Fee und eine Borrowing Fee. Und auf die gehe ich jetzt gleich nochmal ein, sodass also quasi meine gesamte Position hier angezeigt wird. Hier steht auch, wenn ich die Position auflöse, welche Währung ich kriegen möchte. Ich kann mir also auch eine andere Währung aussuchen. Wenn die Position aufgelöst wird, dass quasi mein Gewinn in Ether ausgezahlt wird, ist vielleicht ganz praktisch, aber muss ich nicht unbedingt so machen. Und das ist im Grunde auch schon alles. Und dann kann ich hier meine Trading Pin eingeben und meine Position öffnen. Und all das sind jetzt so Einzelheiten, die würde ich dann eher in einem Tutorial über HMX machen, als jetzt hier in diesem Video, wo es quasi um die Absicherung geht. So, das ist also die Zusammenfassung meiner Position. Und hier an diesem Beispiel sieht man auch, dass wir richtig gerechnet haben eben. Und wenn ich also jetzt hier auf Start Trading klicke, dann würde quasi hier eine Order entstehen. Und sobald die Order ausgeführt wird, dann würde ich quasi hier eine neue Position haben mit den entsprechenden Daten, die dann hier angezeigt werden. Jetzt gibt es hier aber noch eine kleine Kostenfalle und das ist die sogenannte Funding Rate hier oben. Und diese Funding Rate, die beschreibt quasi, wie viel mich meine Position kostet. Ich habe mir ja immerhin 10.000 Dollar an Darlehen genommen, um hier meine Long Position mit Hebel aufzubauen. Und ich muss auf diese 10.000 Dollar, die ich hier geliehen habe, dann eben auch Zinsen zahlen. Und in diesem Fall sind das dann 0,46 Prozent pro Jahr. Das kann man sich hier anzeigen lassen als Jahr. Man kann es auch pro Stunde machen, ist aber ein bisschen kompliziert. In diesem Fall ist es also so, dass sich das Ganze noch lohnt, weil ich zahle 0,46 Prozent. Aber ich bekomme ja auf meiner Position, die ich quasi bei Aura Finance oder so habe, 5 Prozent. In dem Beispiel hatte ich ja eine APY von 5 Prozent angesetzt. Also bekomme ich immer noch 4,5 Prozent. In dem Fall lohnt sich das. Diese Funding Rate, die hängt aber quasi von dem Verhältnis ab, wie viele Leute gerade long sind und wie viele Leute short sind, beziehungsweise wie viel insgesamt an Positionenswert long und short ist. Und in diesem Fall ist es so, dass diese Funding Rate grün ist. Und das heißt, ich, da ich eine Long Position habe, zahle 0,46 Prozent an diejenigen, die short sind. Und wenn das Verhältnis andersrum ist, also wenn sehr viele Short Positionen offen sind und der Wert der Short Positionen größer ist, als der Wert der Long Positionen insgesamt, dann würde ich sogar was bekommen. Dann wäre diese Funding Rate hier oben rot. Und das sieht man hier auch negativ. Also rot bedeutet Shorts pay longs. Das heißt also, die Short Positionen bezahlen mich, da ich eine Long Position habe. Wenn hier also 3 oder 4 Prozent stehen würde, das ist jetzt in diesem Fall hier bei Euro-USD relativ hoch, dann hätte ich also nochmal 3 Prozent Rendite obendrauf. Aber umgekehrt, wenn hier 3 Prozent in grün steht, dann hätte ich quasi 3 Prozent abzuziehen von der APY, die ich auf der anderen Plattform bekomme. Und wenn ich ganz viel Pech habe, ist diese Funding Rate sogar höher als meine APY. Dann würde ich mit diesem ganzen Drama hier insgesamt sogar Minus machen. Das kommt aber meines Wissens, also nach meiner Erfahrung hier relativ selten vor. Aber immerhin und wenn dann auch für kurze Zeiträume, aber immerhin, es ist ein Risiko, auf das man ein bisschen achten muss. Und man sieht das Ganze hier unten auch in dieser Profit-Loss-Spalte. Dann sehe ich also hier, dass quasi meine Funding-Fee negativ ist, nämlich minus 0,0136 Dollar, also insgesamt etwas mehr als 1 Cent. Und dann gibt es eben noch die Borrowing-Fee, die kann man aber vernachlässigen. Die wird nur auf einen Bruchteil meines gesamten Portfolio-Werts berechnet. Kostet mich 0,8 Prozent auf, ich glaube 500 Dollar sind es in dem Fall, kann ich hier irgendwie vergessen. Und dann aus der Position rauszugehen, kostet mich auch 1 Dollar Gebühren. Also das heißt, insgesamt komme ich hier von den 13,61 Dollar, die ich hier Gewinn gemacht habe, jetzt eben auf netto 12,78 nach Gebühren, wäre also hier immer noch im Plus. Und diese Long-Position hier, die läuft ja quasi erst einen Tag. Das heißt also, wenn das Ganze hier so weitergeht, dann würde ich quasi, sagen wir mal, die 13 Dollar blieben als Plus oder 14 Dollar blieben als Plus in der Position. Dann würden die quasi nach und nach von der Fee aufgefressen. Aber bei dem 0,48 Prozent pro Jahr dauert das schon eine ganze Weile. Und in dieser Position möchte ich ja eigentlich nur vier bis acht Wochen drinbleiben. Ich kann die Position hier schließen, indem ich auf Close drücke. Ich kann auch noch Take Profit und Stop Loss Orders einsetzen. Hier kann ich also meine Position anpassen. Und all das, genau wie die Borrowing-Fee, wie die genau berechnet wird und so, das sind dann Themen für ein HMX-Tutorial, das ich später gerne mal machen würde. Ansonsten gibt es eben auch noch eine sehr, sehr gute Doku hier bei HMX. Die bekommt man dann hier über die Startseite. Und ich werde die auch unten nochmal in die Videobeschreibung passen. So baut man also hier quasi eine Long-Position auf. Wenn ich mir den aktuellen Euro-USD-Chart anschaue, dann ist es ja in den letzten Wochen richtig gut gelaufen. Denn von Juli bis September bis heute hat sich quasi ein Minus von 6 Prozent aufgebaut. Minus in diesem Chart bedeutet ja ein Plus in meinem Portfolio, was den Euro-Wert angeht. Das heißt, ich habe also 6 Prozent Rendite in acht Wochen gemacht. Allein dadurch, dass ich US-Dollar Stablecoins in meinem Wallet gehalten habe durch die Kursschwankungen. Und gleichzeitig habe ich aber diese US-Dollar Stablecoins noch eingelegt. Bei Eura Finance bekommen dafür 10 Prozent ungefähr Rendite pro Jahr. Das sind dann 1,6 Prozent Rendite in den letzten acht Wochen. Wenn ich das also zusammenrechne, dann bin ich so ungefähr bei 8 Prozent Rendite in den letzten acht Wochen. Also ist ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen aufgerundet. Aber wenn ich also 8 Prozent in acht Wochen annualisiere, also aufs Jahr hochrechne, dann liege ich so bei 48 Prozent Rendite. Und das ist das, was die allerwenigsten kapieren, wenn es um Stablecoin-Renditen geht. Weil man sieht dann einfach nur die 3 Prozent oder 5 Prozent und denkt sich, das ist irgendwie müde. Aber wenn man geschickt mit den Kursschwankungen arbeitet und im Moment sind wir ja in einem Umfeld, wo der Dollar eher stärker wird gegen den US, gegen den Euro. Und das ist ja dann zu unserem Vorteil, weil in diesem Fall würde dieser Chart nach unten gehen. Und das heißt also, man kann durch diese Euro-Kursdifferenzen schon ganz schön viel Rendite erzeugen, vorausgesetzt. Allerdings, man schafft es jetzt nach diesen acht Wochen eine neue Strategie zu finden, die quasi ebenfalls nochmal dann für die nächsten acht Wochen, sagen wir mal, insgesamt 8 Prozent Rendite bringt. Nur so kann man die 48 Prozent APY annualisierte Rendite halt quasi aufrechterhalten. Und das heißt also, ich müsste quasi jetzt hier in acht Wochen eine neue Strategie finden, die mir diese Rendite bringt. Und wenn ich die finde, dann mache ich darüber wieder ein Video. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.